Wir sind hier heute im wunderschönen All-White-Loft-Studio in Düsseldorf und hier findet heute mein Model-Workshop statt. Ich werde die Mädels an die Hand nehmen, ihnen Tipps und Tricks verraten. Es gibt ein Fotoshooting, ein Catwalk-Training und ich gebe ein Fosing-Training. Mit ihrer ganz, ganz lieben, tollen Art hat es uns wirklich so einen ganzen Rundum-Blick gegeben von dem Model-Business, wie es hinter den Kulissen aussieht, welche Agenturen es gibt. Dann denken die Leute bei der Kassel-Direktion halt auch so viel mal und sagen, okay, jetzt wird es schon geprobt, aber wenn ihr euch gerade gestellt und hier kommt genau rein, kommt jede einzelne Person an, die auch ganz andere Vorschriften haben. Vor allem das Laufsteel-Coaching war wirklich super und hilfreich. Ich kann diesen Workshop wirklich jedem Mädchen empfehlen. Ja, es war eine sehr tolle Zeit und ich danke Miriam auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Ja, es war eine sehr tolle Zeit und ich danke dir.